über die schulter geschaut heute in der rubrik was wir bei corona wirklich tun wir nutzen die zeit um aufzuräumen denn aufräumen macht spaß aufräumen macht glücklich und aufräumen bringt den kopf frei so räumen wir dann auch mal hier auf denn altes weg macht platz für neues und wir freuen uns wenn ihr bald wieder kommt